Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe es geht euch gut. Ich persönlich fühle mich heute fantastisch, denn dieses Video wird eins meiner absolut liebsten Themen behandeln, nämlich asiatische Sonnenschutzprodukte. Denn heute möchte ich euch meine fünf liebsten asiatischen Sonnencremes präsentieren und wie es der Zufall so will, was eigentlich kein Zufall ist, aber für mich persönlich trotzdem die Kirsche auf dem Eisbecher, entsteht dieses Video in Kooperation mit Love My Cosmetics. Ihr kennt dieses Unternehmen vielleicht von einer anderen Kooperation mit mir und dementsprechend freue ich mich einfach riesig, dass wir uns auch noch mal im Zusammenhang mit Sonnenschutz zu dieser Kooperation wiederfinden konnten. Das heißt auch ihr könnt von dieser Kooperation profitieren, denn ich habe einen Rabattcode für euch am Start, der sich INCI15 nennt und mit diesem Rabattcode bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Love My Cosmetics. Die ganze Aktion geht eine Woche lang. Das heißt, ihr habt doch genug Zeit, euch auch noch mal Gedanken darüber zu machen, ob ihr denn etwas braucht, ob ihr etwas bestellen möchtet. Und Love My Cosmetics ist übrigens auch ein deutscher Onlineshop, der eben asiatische Hautpflegeprodukte vertreibt. Das heißt, falls ihr keine Lust habt, bei Yesstyle zu bestellen oder bei Stylewarner zu bestellen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich nutze den Shop übrigens auch und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Der Code INCI15 ist auch affiliated. Das möchte ich an dieser Stelle der Transparenz halber auch noch mal erwähnen. Das heißt, wenn ihr diesen Code verwendet, dann erhalte ich eine Provision. Genug gequatscht, starten wir jetzt mal mit meinen fünf liebsten Sonnencremes. Und hier würde ich mit einer Sonnencreme beginnen, die ich eher im Herbst und Winter verwende. Und zwar ist das die Purito Daily Go To Sunscreen mit SPF 50 Plus. Die hat nämlich eher ein pflegendes Finish. Sie hat auch so einen leicht rückfettenden Effekt. Und man merkt eben auch, dass sie auf der Haut aufliegt, was für mich persönlich vor allem im Herbst und Winter richtig gut funktioniert. Sie brennt nicht in den Augen. Sie ist mild formuliert. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten. Sie lässt sich gut verteilen. Sieht schön auf der Haut aus. Ist wie gesagt relativ glänzend und auch pflegend und rückfettend. Dementsprechend nicht unbedingt etwas für ölige Haut. Aber für den Winter bzw Herbst finde ich die richtig, richtig gut. Und sie funktioniert auch ohne Probleme unter Make-up. Die Beauty of Joeson Sonnencreme darf in diesem Video natürlich nicht fehlen. Die ist ja auch nach wie vor bei vielen, vielen Menschen sehr beliebt. Und ich persönlich finde sie auch großartig. Die kommt übrigens von dem Hersteller Colmar wie auch andere Sonnencremes. Also ich habe hier noch eine andere Sonnencreme am Start, die auch von dem gleichen Hersteller angeboten bzw. produziert wird. Und an der mag ich nicht nur das Finish, sondern auch wie sie auf der Haut sitzt, wie sie über die Haut gleitet, wenn man sie aufträgt. Sie hat so ein ganz dezent pflegenden Effekt, aber ohne zu viel zu sein. Deswegen finde ich sie jetzt auch im Sommer sehr, sehr angenehm vom Tragekomfort. Sie sieht top unter Make-up aus. Sie lässt sich wirklich in der korrekten Menge ohne Probleme auftragen. Man könnte theoretisch sogar noch mehr aufs Gesicht drauf klatschen. Sie krümelt nicht runter. Sie sieht gut unter Make-up aus. Sie brennt nicht in den Augen, was mir persönlich auch extrem wichtig ist. Und ja, es sind auch noch ein paar andere vorteilhafte Inhaltsstoffe für die Haut in dem Produkt enthalten, was ich persönlich auch immer ganz nett finde, weil für mich solche Sonnencremes dann meistens als Moisturizer Ersatz fungieren. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn da außer eben dieser Schutzleistung oder den enthaltenen UV-Filtern noch ein paar andere zusätzliche Inhaltsstoffe beigefügt werden, die Vorteile für die Haut haben. Das Hyaloo Zika Waterfit Sun Serum von Skin Chong Sa ist eine meiner absoluten Überraschungen dieses Jahr. Das wird wohl gar nicht Skin 1004 ausgesprochen. Da hat mich nämlich jemand in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass das irgendwie mit dem koreanischen Wort für Engel zusammenhängt. Deswegen habe ich mal den Google Translator angemacht und geschaut, wie das ausgesprochen wird. Ich hoffe, habe es halbwegs richtig gemacht. Nichtsdestotrotz, es ändert jetzt nichts daran, dass ich dieses Produkt wirklich großartig finde. Auch das gehört zu Colmar, sprich der Produzent ist wie bei Beauty of Joseph genau der gleiche. Das heißt, wenn er das Produkt von Beauty of Joseph mögt, dann werdet ihr dieses Jahr natürlich auch mögen. Es hat eine recht ähnliche Textur, ein relativ ähnliches Finish. Es sind hier und da noch ein paar andere Actives enthalten. Hier ist beispielsweise Tigergras drin. Es sind verschiedene Formen des Hyalurons vorzufinden. Es ist ein Yacinamid drin, was ich persönlich ja auch richtig, richtig großartig finde. Und das Produkt ist einfach noch ein bisschen leichter auf der Haut, also zumindest meinem Empfinden nach. Es kann natürlich daran liegen, dass die Actives, die da drin enthalten sind, dazu so ein bisschen beitragen, weil die sich ja doch von der Beauty of Joseph Sonnencreme unterscheiden. Und ich muss auch sagen, dass ich die vom Tragekomfort super angenehm finde. Sie brennt nicht in den Augen. Ich finde auch den Pumpkopf richtig, richtig praktisch, weil ich dadurch die Sonnencreme deutlich besser dosieren kann. Das heißt, ich weiß genau, dass sechs Pumphübe einem Gramm entsprechen. Und so weiß ich einfach immer, dass ich die korrekte Menge auftrage. Und an sich ist diese Sonnencreme auch wirklich großartig auf der Haut. Sie fühlt sich super angenehm an. Sie sieht schön unter Make-up aus. Ich habe auch das Gefühl, dass sie meiner Haut was zurückgibt. Also meine Haut wird ruhiger, wenn ich diese Sonnencreme benutze und ist einfach deutlich ausgeglichener. Ich weiß zumindest auch von Leuten, die eine ölige Haut haben, dass die mit dieser Sonnencreme wunderbar zurechtkommen. Das heißt, falls ihr schon immer auf der Suche wart nach einer Alltags Sonnencreme, die eben für ölige Haut geeignet ist, dann schaut euch die hier unbedingt mal an. Was wäre dieses Video ohne das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel? Das ist ja wirklich eine meiner absolut liebsten asiatischen Sonnencremes, vor allem für meine eher fettarme Haut. Und die ist so so wunderschön. Also die hinterlässt ein Glossy Finish auf der Haut, wenn man sie in der korrekten Menge aufträgt. Sie lässt sich easy verteilen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie meiner Haut so richtig einen Feuchtigkeitskick gibt, was ich selten bei Sonnencremes habe. Also ich habe das auch bei dieser von Skin Chong Sa erlebt, dass sie eben diesen leichten Feuchtigkeitskick der Haut zuführt. Aber bei der von Isntree ist es noch ein Ticken stärker ausgeprägt. Ich finde die auch wunderschön vom Finish her. Manchmal ist das für mich einfach auch wie so eine Art Foundation Ersatz. Also ich trage die auf, dann sieht die Haut so richtig schön prall und glossy aus und dann mache ich hier und da ein bisschen Spot Concealing und fertig ist mein Make-up, weil die einfach so eine schöne Haut zaubert und so ein gleichmäßig schönes Finish erzeugt. Ich weiß aber, dass dieses Glossy Finish nicht jedermanns Sache ist. Also es gibt sicherlich Leute, die eine ölige Haut haben, die das einfach nicht mögen. Aber wenn ihr eine fettarme Haut habt oder wenn ihr sogar eine feuchtigkeitsarme Haut habt, dann ist diese Sonnencreme wie für euch gemacht. Und zum Schluss habe ich ja noch eine Sonnencreme, auf die ich am liebsten eine Lobeshymne singen würde. Und zwar ist es die Ionique Centella Calming Daily Sunscreen. Die ist so großartig und ich glaube für mich persönlich die Sonnencreme in Deckung dieses Jahr, denn die hat auch tatsächlich meinen Liebling von Isntree vom Thron gestoßen. Das hätte ich niemals gedacht, aber die finde ich einfach richtig richtig toll. Und das liegt unter anderem daran, dass die Formulierung ein klein wenig moderner ist im Vergleich zu Isntree, aber der Tragekomfort sehr, sehr ähnliches. Die hat zwar ein weniger Glossy Finish im Vergleich zu dem Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, aber mich persönlich stört das überhaupt nicht. Die ist genauso angenehm wie die von Isntree. Die lässt sich easy peasy verteilen, brennt nicht in den Augen, sieht gut unter Make-up aus. Und das Finish ist für mich persönlich einfach wunderschön, wie immer perfekt für meine fettarme Haut geeignet, weil es einfach dieses leicht Glossy Finish erzeugt und diesen dezenten Pflegeeffekt aufweist, ohne dass die Haut zu überladen ist. Also im Vergleich zum Beispiel zu der von Purito ist die deutlich deutlich leichter und fühlt sich auch weniger reichhaltig auf der Haut an. Sieht wie gesagt wunderwunderschön aus. Und auch hier sind wieder einige vorteilhafte Inhaltsstoffe vorzufinden, wie beispielsweise beruhigender Tigergrasextrakt, aber auch Beta-Glucan. Was wäre dieses Video ohne eine tabellarische Übersicht? Deswegen pausiert am besten nochmal an dieser Stelle, um euch einen Überblick zu verschaffen. Ich habe nämlich versucht, die Sonnencremes so ein bisschen einzuordnen und sie nach Konsistenz bewertet, was für einen Finish sie erzeugen. Natürlich findet ihr auch in der Tabelle die entsprechenden UV-Filter der Sonnencremes vor. Falls ihr euch für die Abkürzungen dieser UV-Filter interessiert, also falls ihr nicht wisst, was BEMT oder EHT oder DHHB heißt, ich verlinke euch meinen Beitrag zu UV-Filtern unten in der Infobox. Dann könnt ihr dort das Ganze gern nochmal nachschlagen und euch dazu informieren, in welchem Bereich diese UV-Filter auch tatsächlich schützen sollen. Dann habe ich selbstverständlich auch noch versucht, die Produkte nach Hauttypen so ein bisschen einzuteilen, welchen Pflegeeffekt sie haben. Und für alle, die sich außerhalb dieser UV-Filter oder anderer Bestandteile interessieren, habe ich ja auch noch die Hero Ingredients mit aufgelistet. Also diejenigen Inhaltsstoffe, die auch noch Vorteil hafte Effekte auf die Haut haben können, wie zum Beispiel bei der Purito Sonnencreme der Tigergrasextrakt oder die Bestandteile des Tigergrasextrakt, wie halt das Asiaticoxid oder die Asiatsäure oder die Madecassinsäure und dann jeweils bei den anderen Sonnencremes genau das Gleiche. Und ich habe natürlich auch auf Grundlage dieser enthaltenen vorteilhaften Inhaltsstoffe versucht, deren Effekt so ein bisschen zielgenau zu bestimmen, damit ihr genau wisst, was könnte man mit dieser Sonnencreme außerhalb des UV-Schutzes sozusagen erreichen. Und wenn wir schon mal beim Thema UV-Schutz sind, natürlich habt ihr hier auch noch mal die Angaben zum UV-B sowie zum UV-Schutz. Das sind übrigens alles transparente Angaben der Hersteller, also der Anbieter. Die findet ihr auch auf den Webseiten der jeweiligen Marken. Ich habe nur bei der Beauty of Joseph Sonnencreme keinen genauen UV-Schutz vorfinden können. Deswegen musste ich mich hier an der PA-Angabe orientieren, denn die hat vier von diesen kleinen Pluszeichen. Das heißt, der UV-Schutz liegt hier bei mindestens 16, aber er könnte natürlich auch höher sein. Dann habe ich natürlich auch versucht zu schauen, wie stark der Weißel-Effekt der jeweiligen Sonnencremes ist. Es ist zwar so, dass die Purito-Sonnencreme die einzige Sonnencreme ist, die Titandioxid enthält, also den anorganischen UV-Filter und dieser weißelt natürlicherweise. Aber es gibt selbstverständlich auch organische, partikelartige UV-Filter, die einen leicht weißen Schleier erzeugen können, der allerdings deutlich dezenter ausfällt im Vergleich zu anorganischen UV-Filtern. Hier kommt es selbstverständlich auch immer auf die Konzentration an, aber nichtsdestotrotz ist bei allen anderen Sonnencremes, die auf organische UV-Filter setzen, also die Beauty of Joseph, die Skin Johnson, die Isntree Sonnencreme und die Iunique Sonnencreme. Da findet sich eben auch ein organischer, partikelartiger UV-Filter drin vor, aber da ist kein wirklicher Weißel-Effekt wahrnehmbar. Halt nur so als Info für alle, die vielleicht einen stärker pigmentierten Hauttyp haben. Das war's schon mit meinen Sonnencreme-Favoriten. Ich hoffe sehr, dass das Video euch weitergeholfen hat, aber ich denke, dass die Aufnahmen für sich sprechen und zeigen, wie toll diese Sonnencremes auf der Haut sitzen und was für ein Finish sie erzeugen. Und vergesst nicht bei eurer Bestellung den Code INCI15 zu verwenden, um 15% Rabatt zu erhalten. Und ihr solltet auch unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da wird es eine große Verlosung in Kooperation mit Love My Cosmetics geben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.